Unser schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Die Föderation hat aus dem Wrack von Odin ein Raumwaffensystem zurückentwickelt. Wann ist es funktionstüchtig? Unklar. Die gebogenen Daten wurden zu Norred geschickt. Der Minister will persönlich informiert werden. Keegan, ich schicke euch nach Colorado Springs. Alles klar. Wir treffen uns im Vegas-Versteck. Morgen um 12 Uhr. JSOC will das schnell angehen. Sorgt dafür, dass ihr nicht blank ziehen müsst. Wir haben sechs Stunden, bis Keegan zurückkommt. Moment. Kommt dir was komisch vor? Überwachung aktiv. ICH! 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 I Wir sind schon eine Weile dran und er hat nichts verraten. Er wird nicht brechen. Nun, wenn etwas gut werden soll, tut man es selbst. Ah, du bist wach. Gut. Es ist schön, die ganze Familie zusammen zu haben, nicht wahr? Fehlt nur noch dein stiller Freund. Hm. Wo ist Keegan? Ich erzähle dir einen verdammten Dreck. Ach. Nun, mal sehen, ob ich deine Meinung ändern kann. Nein! Zu Huben, Sohn! Ich werde nicht... Schacht, der Junior. Du bist erst später dran. Logan, sieh mich an! Sieh mich an, Sohn! Ganz recht. Sieh ihn dir an. Genau. Zeig ihm, wie viel Schmerz er dir bereitet. Ist schon lustig, euer alter Herr, Jungs? Für seinen eigenen Arsch lässt er seine Männer sterben. Verdammt, Rorg! Das ist zwischen dir und mir! Halt meine Jungs da raus! Sie reden mit einem Vorgesetzten, Lieutenant. Etwas Disziplin, bitte. Du warst niemals einer von uns. Du bist kein Ghost. Und das nur, weil ich besser als du bin. Ich war immer besser als du! Aber du... Du nennst dich Ghost? Du bist nichts. Du und deine Söhne, ihr seid tot. Oh, shit! Dein Name stirbt mit dir. Er hat noch Leben in sich! Hat er dir nicht beigebracht, dich mit Waffen auf Menschen zu zielen? Sie könnte losgehen! Da! Ganz recht! Ein bisschen weiter... ...hier hin! Ramm schon! Ramm schon, Rorg! Hör auf! Ziel auf... ...Daddy! Logan! Logan! Puh, du hast Feuer in dir, Kleiner. Das mag ich. Riskierst dein Leben für deinen Käpt'n. Du könntest noch was von ihm lernen, Elias. Er ist mein Sohn. Tja, jetzt darf er dir beim Sterben zusehen. Nein! Nein! Ich bring dich auf! Hörst du mich hier? Ich bring dich auf, du Hurensohn! Ich bring dich auf! Du Arschloch! Ich bin stolz auf dich, Logan. Alles kommt wieder. In Ordnung. Du hast recht, Elias. Ich bin kein Ghost. Ich bin der Mann, der sie jagt. Und sie auf die andere Seite schickt. Der Boss will den Jüngsten lebendig. Was, was, was? Aua, aua, aua. Jetzt kann ich mich bewegen auf einmal. Ach so, okay. Jetzt kann ich mich gar nicht bewegen. Alles klar, Merrick. Er braucht eine Rippe. Aber es geht. Wir müssen los. Keegan, wir sind unterwegs. Komm so schnell wie möglich her. Okay, wir treffen uns in der Tür. Wir müssen die Westseite des Gebäudes erreichen. Das ist unsere beste Chance hier raus. Okay. Psst, Lärm hinter der Tür. Machen wir es schnell. Nice gemacht. Er ist auf dem Weg. Das Funkgerät. Wir verschaffen uns einen Vorsprung vor ihm. Wir haben uns wohl gehört. Sie schicken noch mehr Leute hierher. Bewegen uns zur Küche. Warum? Ich bin fast da, sucht euch ein gutes Versteck. Eine Menge Typen sind unterwegs zu euch. Wie viele? Zu viele. Verdammt. Elender Ruhm. Komm schon, Merrick. Scheiße. Wir brauchen eine Verschläge. Scheiße. Hilt ihm auch. Hier rein. Schnell. Look, hier. Runter, runter. Mach den Funkleiser. Sch, sch. Sch. Hey, el ruido venía de ahí. Revisen las esquinas. No dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Ahora mismo. Unauffällig bleiben. Da werden noch mehr sein. Okay. Leise. Alle waren hier. Ich vermisse ein paar meiner Freunde. Bringt sie zurück zu mir, tot oder lebendig. Ihr leistet einen großen Dienst für euer Land. Jetzt weiß ich, wo du bist, Arschloff. Jetzt weiß ich, wo du bist, Arschloff. Wir werden nicht an sie herumkommen. Wartet, bis sie näher kommen. Okay, Kegan. Los jetzt. Achso, es ist eine Dreierschusswaffe. Okay, 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 okay. Ich wollte gerade draufhallen, auf einmal Höhe, da aufzuschießen. Dreierschusswaffe ist in Ordnung. Ist gemerkt. Ich habe eine Granate gehört. Ich weiß noch nicht, wo die ist. Achso, da. Da. Ah, dieses scheiß Glasdinger. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Gegner, ne? Ich denke mir so, hä, warum sehe ich den nicht, hä? Warum kann ich da nicht durchschießen? Ah, okay. Jetzt vorwärts. Sliden. Krass, hä? Hat der Lark auf dem Boden auf mich geschossen? Achso, ich wollte gerade sagen, hä, wo war denn der? So, bleiben wir hier durch. Jetzt draufschießen. Schießen. Oh, Leute, die schaffen wir. Eigentlich müssen wir schon längst tot sein. Ich meine, wir tragen hier mal eine cool, sichere Weste hier. Hinlegen. Aber hier habe ich keine Deckung, ne? Ich habe eine Idee. Keine Granaten, Black Granaten auch nicht. Habe ich überhaupt irgendwas? Ich habe hier gar nichts. Ja, was soll ich denn hier reißen, Alter, ohne Munition? Vor allem ohne Granaten. Die Namen Granaten, das merke ich die ganze Zeit. Weil ich werde die ganze Zeit scheiß Granaten auf mich. Ich drehe mal ein bisschen vor. 19. Was zur Hölle? Genau, gut, danke. Was, 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 was? Womit denn? Da. Da. Wir müssen durch dieses Tod. Bin dabei. Gleit echt nirgendwo Munition dafür, die Waffe, ne? Er ist ziemlich hektisch geworden. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Nicht, dass er jetzt tot ist, Alter. Wie weit denn noch? Nicht mehr weit. Dich einfach links. Wir sind fast draußen. Oh, fuck it. Okay. Und jetzt? Okay, wie du meinst. Logan, Logan! Alles okay? Lebst du, Merrick? Alles gut. Wir müssen weg, bevor die Helikopter wissen, wo wir sind. Ich bin jetzt zum Strap-Shuffle. Da bin ich ein Farber-Motersatz. ganz sachte. Da sind wir in der Unterzahl. Wiley! Los! Wiley, Alter, du hast voll unsere Position verraten. Ah, fuck. Ich muss ihn retten. Er liegt da voll auf dem Boden. Fuck. Wir haben Scharfschütze überall. Ja, Wiley lebt noch gut. Das ist gut, das ist gut. Thomas, hä? Ja, das war ein glatter deutsches. Blöder Wegster. Natürlich kann ich, Wiley habe ich immer noch ein bisschen Platz. Ach, ruhig. Nein, was, was, was? Ja, ich würde gerne Wiley erst mal ablegen. So, Wiley ist abgelegt. Was räumt ihr mit dem Wix denn? Nein, ihr müsst doch schon, ihr müsst doch schon einen Piloten treffen, ne? Ja, ich mache das natürlich mal wieder richtig, ne? Wiley, kurz hier ablegen. Ach, da ist noch einer. Da unten. Attack! Oh, weiß. Ah, fuck. Ich habe Granaten, geil. Geiler Scheiß. Noch mehr, Alter. Wird sie verarschen, oder was? Ja, nicht nur du bist hier beschossen. Weg von meinem Hund. Ja, dann lass rocken hier den Shit. Geht ich mal wieder hier hin? Ja, würde ich sehr gerne. Ich brauche so dermaßen Munition, ne? Aua, 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 Alter. Wird sie verarschen? Ich kann auf, mich zu schießen, wenn ich den armen Riley in der Hand habe, hier. Oder den Armen, da muss man so. Ich habe hier ab, mein Freund. Leave the City. Ha, dankeschön für den Hinweis. Mann, ey, jetzt schieß doch mal da drauf. Das ist doch wohl nicht so schwer, oder was? Guckt euch das an, wie die fallen. Die fallen auch hier die ganze Zeit. Ey, hör auf, mir immer den SEM-Befehl zu geben. Ich nehme den Hut hoch und kriege direkt ein paar Kugeln ab. Ist das euer Ernst? Wiley, du ruhst dich mal wieder ein bisschen aus. Der Papa hat noch ein paar Leute zu tönen. Geil, noch mehr. Warum soll ich Wiley nehmen, ihr Idiot, rückt doch eh nicht vor. So, ich habe Riley. Was jetzt? Alter, jetzt rückt doch mal vor. Alter, ich gehe jetzt vor. Ist mir jetzt egal. Ich vergesse Riley schon nicht. Aua. So, jetzt sind die vorgerückt. Entschuldige Riley. Alter, die ist echt blöd. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Mein Team war jetzt echt gerade ziemlich blöd. Weil ich stelle sie zumindest so an. So, Riley, gönn dir mal ein Nickerchen hier. Jetzt sind mir noch mehr böse Bogen zu erschießen. Nice. Alter, sagt mir das doch nicht alle für 5 Minuten, dass ich den jetzt hochheben soll. Weil das bringt doch so oder so nix. Wäre ja auch schlimm, wenn ich, ne? Lass mich durch, ich habe Riley. Kommando, hier ist Prinz 2.0. Wir sind voll beladen und kehren zurück. Verstanden. Gute Arbeit, 2.0.